Wie funktioniert das jetzt? Nicht mich! Nein! Ich wundere, ob ich Zeit habe, um einen Manikur zu bekommen. Okay, jetzt geht es nach vorne hin. Mal schauen, was wir jetzt hier machen müssen. Ach, wieder hacken. Okay. Machen wir erstmal die beiden. Haben wir noch einen dritten. Der geht. Okay, machen wir den mal so. So und so. Hack geschafft. Schnupp. Und das nächste Ziel. Unterroutine beseitigen. Geh auf die Position und warte darauf, dass Ziel erscheint. Wir müssen jetzt für... Müssen wir ein anderes Programm töten? Hm. Halt, den nehmen wir mit. Ich sagte... Den nehmen wir mit. Zielperson. Zielperson. Der ist hier vorne. Ein Klo? Oh! Es regnet scheiße. Mehr oder minder Feuerstoß gegen Alienwehr austauschen. Nee. Ist ja cool. Und jetzt? Was kommt als nächstes? Ich will die Zinn, um meine soon-to-be-neu-Programmungsgebiet zu sein. Geh auf die Lokal-Patrolle. Beseitige Sim-Truppen. Okay. Ja, das sollte ja weniger Ding sein. Ich würde gerne die Waffen so zwischendurch immer wieder wechseln. Also jetzt nicht nur über den... Über den Shop oder sowas. Ja! Komm, können wir das Ding hier direkt in der Mitte draufhauen? Mach schon, mach schon, mach schon. Ach, die ist noch nicht aufgeladen. Äh. Na gut. Dann hier. Oh! Oh! Das wollte ich eigentlich nicht. Aber es hat cool funktioniert. Egal. Hier, komm. Gute Reise. Hui! Na, nicht mich. Und jetzt nehme ich, was nehme ich jetzt? Jetzt nehme ich die Schrotrupe. Weg mit euch! Und ich habe Ihnen ein Soundproblem. Kommt mir gerade so vor. Jo, Tatsache, manche Sounds fehlen nur plötzlich. Moment, gut nachladen. Stopp. Moment, nicht so viel schießen, bitte. Jeder einer weckt. Und jetzt, was haben wir jetzt noch? Ach, die sind da oben drauf. Ja, los. Weg. Und der auch. Oh nein. Ja, ich habe wirklich ein kleines Soundproblem gerade bei mir. Aus irgendeinem Grund. Kann ich den vielleicht auch entführen? Das wäre übel. Einfach zupf und weg ist er. Wo ist er hin? Da ist er. Scheiße. Da muss ich warten, bis das Eis wieder fertig ist. Oh! Na, super. Mal schnell nachladen. Och, Mann! Scheiß Müßkerl! Jui! Scheiße, Erschütterung! Wo bist du hin? Oh, fuck! Verfehlt! So eine Scheiße! Aber ich glaube, ich nehme jetzt mal was anderes hier. Och! Und das Ding haut ordentlich Schaden raus. Jo! Das Ding macht Aua! Einmal noch. Und ich glaube... Yes! Das war's! Oh, scheiß Pisten, Elke! So! Weg mit dir! Gute Nacht! Sie? Die können nicht stoppen! Ziel erreicht! Beseitige die Sinntruppen! Lade den Virus hoch! Okay, ich bin hier in der Klinik. 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 Schon wieder was? Mit Hochladen? Okay. Gut, machen wir das! Kein Ding! Machen wir alles für die Kinsey! Das nächste Mal, wenn ich wieder da bin, heißt es dann wieder, ne? Joko. Weiße. Geht's wieder ab. Äh. Ich muss die ganzen Teile einfach nur machen. Okay. Fuck yeah! Easy. Das Ding ist geil. Und ihr stippt mir auch bestimmt zu. No, no, no. Wow! Ja, nicht hochjagen. Hochjagen ist scheiße. Oh, wieso kriege ich auch immer so viel Schaden hier? Oh, fuck. Das war ein bisschen zu viel. Bin ich an der gleichen Stelle wieder? Jo. Gut, dann kann ich das Ding nämlich gleich machen. Aber ich finde das schon recht interessant. Warum auf einmal kriege ich hier die ganzen die ganzen Sachen oder plötzlich? Weil nicht, dass es mich stört. Ich finde das eigentlich ganz praktisch. Dann kann man das gleichzeitig so alles zusammen machen. Aber ein bisschen komisch ist das schon. Nehmen wir jetzt nochmal die Enphyromatik oder nehme ich jetzt wieder die Schrot? Prügelig sie einfach. Hier, komm. Nehmen wir ein Feuerstoßgewehr. Vielleicht bringt das ja auch was hier. Sechs Kills. Sollte doch nicht so schwer sein. Ach, von hinten. So, du. Hier, komm. Machen wir es auf die andere Art und Weise. So hat es ja auch immer ziemlich gut funktioniert. Noch einer. Komm, dich auf. Kabums. Klatsch. Ab an die Wand schmeißen. Geht, Egel. Noch einer weg. Guck, jetzt haben wir da hinten noch einen. Auszusehen über den Haufen gerannt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte den... Das wollte ich machen, jawoll. Weil die Leute ein bisschen durch den Gegend kicken. Oh, nee, nicht schon wieder. Och, Mann. Kann doch nicht wahr sein. So, ich mach jetzt hier aber mal ganz kurz einen kleinen Break. Ich speichere jetzt hier einmal das Game kurz ab. Und, äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. So gesehen, wenn ich das Soundproblem hier auch behoben habe. So, dann bin ich jetzt wieder zurück an der Stelle, wo, äh, ich vorhin so glücklich versagt habe. Sagen wir es mal so. Und ich hab mir gedacht, Mensch, wenn wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben, äh, Leute dazu zu holen, sollte ich das doch mal machen. Ich bin auf meinem Weg. Ich bin auf meinem Weg. Und Keith, ich bin auf meinem Weg. Und Keith ist so gesehen, ach, cool, der ist jetzt auch mit hier. Kann ich jetzt noch einen zweiten dazu holen? Ich habe einen Plan. Ja, die haben einen Plan. Ja, sieht mal richtig geil aus, die Kinseh. Kriege ich richtig Lust, doch mal drüber zu steigen sofort. Aber vorher... Ja, 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 ja. Ja, vorher sollten wir natürlich dann jetzt uns die Krawall-Sachen hier rausholen. Oder würde ich sagen... Nuff! Nuff! Waren wir jetzt mal hier ein bisschen Krawall. Na, wo sind die Yogis? Wamm! Wollen wir nachladen? Aus dem Bild versperren nicht meine Blicklinie hier! Wo sind die nächsten? Da hinten! Scheiße, verw! Nee, doch nicht! Oh, oh, oh! Oh nein, das war ein Falscher! Den wollte ich doch! Ja! Boah! Schon besser! Er ist jetzt da hinten! Welch mit dir? Wälder 3! 8 Leute nur! Sollte doch machbar sein! Wie? Enemy Ship! Mach keinen Scheiß! 2! Incoming Saucer! Na! Komm! Dich zuerst! 2 von 8! 3! 3! Und die Nummer 4! 5! Jawoll! 6! 2! 6! 7! Ne, keine 7! Aber ich schießt mir die ganze Zeit wie bekloppt! So! Das war die 7! Einen noch! Einen noch! Einen noch! Und komm schon! Ah, scheiße! Verfehlt! Einen muss ich noch! Ich muss nur noch einen! Geschafft! Sie da reicht! Wunderbar! Dann können wir jetzt ja auch hier wieder abhauen! Feier! Hier sieht's aus! Dann! Ich denke, das soll gut funktionieren! Stop bei und ich werde dir das Upgrade ich schon erwähnt!